So, hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Roche Legacy, äh, Roku Legacy auch genannt. Äh, so, boah, ich hab ewig nicht mehr gespielt, meine Güte, ich muss mich hier erstmal wieder reinfinden. So, hier, wir haben 21 Gold, das ist nicht so schön. Und hier riecht sich verbrannt und, äh, ich hoffe man, man, man hört das nicht. Ich hab hier so einen kleinen Ventilator stehen. Ich hoffe, der ist nicht allzu laut, aber, äh, es ist echt, wenn ich den aus hab, ich, ich sterbe. Äh, es ist zu warm. Äh, oh, ja, da hüpfe ich auch gleich mal den Gegner rein. Äh, man stirbt, man, man kratzt einfach ab, wep, 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 da. Äh, man, man braucht im Prinzip, äh, äh, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was braucht man denn? Was, was, was könnte man denn machen? Ich wollte eben was Obercooles sagen, dann hab ich's vergessen. Hup, da kann man nicht durchlaufen, das hätte ich mir vielleicht merken sollen. Wir sind ein Hokage, glaub ich. Kann man doch sehen irgendwo, oder? Ja, Hokage. Äh, man bräuchte ein, ein, einen persönlichen cooler, kühler, cooler Master 3000 XP. Krass. Ich lauere schon wieder nur Scheiße. Wir wollen mal hier, ähm, warum, warum bin ich eigentlich hier oben? Ich, das, ich bin eigentlich viel zu underpowered für hier oben. Underpowered? Heißt du das so? Kann man das so? Nein. Aua. Ah, naja. Was wir demnächst mal brauchen, ist ein Goldbonus. Das hab ich jetzt mittlerweile, aua, aua, wie kommen die denn da durch? What the fuck? Ich geh hier runter. That's not my, my room. Okay. Äh. Puh, 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 puh. Genau. Da muss ich jetzt nochmal hier hin, weil da oben bin ich jetzt noch nicht stark genug für, glaub ich. Okay. Presse. Erstmal alles kaputt machen. Aua. Aua. Na. Okay. Dü, 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 nö. Oder doch. Äh. Das kam unerwartet. Set escalated quickly. Okay, ähm, wie gesagt, ich würde, wir nehmen nochmal nur Kage. Äh, ich würde gerne mal einen Goldbonus level, mit 292 Gold können wir gar nichts machen. Wir brauchen unbedingt ein paar Kisten mit ein bisschen Gold und. Aha. Ist alles fucking teuer geworden. Wow. Gibt ich den Dash noch hier? Höh, lol. Gut. Das hat funktioniert. Unten ist ein Gold drin. Wupp, wupp. Uah, verdammt. Ist aber echt scheiße der Raum gerade. Möchte ich mal so anmerken. Okay. Nö. 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 Jupp. Der, 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 der funktioniert so. Aua. Aua. Ihr Penner. Haben wir denn eine Goldkiste hier irgendwo? Nö, haben wir nicht. So eine Scheiße. Aber ein, äh, ein Hähnchen. Ein, ein Cock. Ein Cock. Lulululul. Huch. So. Äh. Ah. Ne, das war ja schlau. Ups. Alter, das geht mir gerade etwas zu schnell. What the hell. Hä? Lol. Ich bin zwar... Ich schiebe das jetzt einfach mal auf die Figur. Das war ich nicht. Okay. He is alive. So. Na. Oh, Kisten. Sweet Jesus. Sind auch irgendwie so die einzigen Kisten, die ich... Äh. Öffnen kann, ohne dass ich halb sterbe. 908 Gold. Naja, da... Es geht doch. Es geht doch voran. Hier geht's in den Keller. Ne, da war ich noch nicht rein. Da kann ich noch nicht rein. Da bin ich noch. Nicht. Aua. Ach. Ich bin noch... Hatte ihn doch. Hatte, hatte. Hatte, hatte. Scheiß, Summys. So. Müssen da gleich 500.000 stehen. Zwei. 500.000 und zwei. Hm. Oh. Oh, 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 oh. Wow. Wow. Hey. Hey, man. That's not cool. Hm. Äh. Und tot. Hier oben war ich schon mal... Kann man aber hier noch lang gehen? Oh, what's that? Hui. Hey. Ja. Ja, haben wir wieder ein bisschen... Bisschen was gekriegt. Was ist denn eigentlich unser extrem geiler Zauber? Ach, so ein Fuck-It. Aha. Ach, das hier, ne? Ja, genau. Das bringt uns aber eigentlich momentan noch recht wenig. Hier können wir mal rein. Wow. Okay, das ist nur so ein Durchgang. Und mal nach oben. Take no damage. Äh. Ich. Ja. Hm. Scheiße. Okay, das... Ich hätte ahnen können, dass das nicht funktioniert. Aber naja. So, was haben wir denn? Äh, Paladin... Baba. Nehmen wir einen Paladin. Paladin ist cool. Äh. Miner. Yup. Tadun. Train more in the art of making money than killing enemies. Miners are best used for sourcing the castle for treasure chests and avoiding confrontation. Okay. Gold gain up. 1.450. Okay. Wir sind zwar etwas langsam... Aber naja. Dafür, äh, machen wir, wenn wir dann den Miner schon mal auswählen. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent mehr Gold. Ähm. Wird sich aber dann zeigen. Ja, man, ich rette viel Leben. Machen ganz gut Schaden, soweit ich weiß. Scheiße. Naja. 2.50 ist... Äh, relativ. Moment. Achso, das wechselt. It's rotating. Oh. So ein Scheißraum. Mich, mich, mich kotzt es gerade an, als wir so langsam sind. Hm. Müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr auf Gewicht gehen. Aber eigentlich will ich mal ein bisschen mehr Gold jetzt haben, weil... Es ist so eine Sache. Man braucht natürlich auch Gold, um, äh, sich solche Upgrades kaufen zu können. Huch. So, ein bisschen... Es ist alles nicht so viel, was wir momentan bekommen. Wir sind aber auch noch im falschen Gebiet theoretisch. Hier könnten wir... Ähm, ja... Barrens Ring. Müsste ich jetzt gucken, was das ist, aber... Kann ich das... Ähm... Warte mal, L-Shift? Nö. Kann ich nicht nachsehen. Schade. Hier geht's weiter, nach oben. Oh. Ja. Defeat all enemies. Ich seh schon, wo das hinführt. Ach du Scheiße. Okay, aber wir könnten schon mal alle Feinde theoretisch besiegen. Objective complete. Wupp. Gold. Gold. Noch mehr Gold. Na los. Oh, ne Rune. Re... Talation? Talation oder Relation? Hm. Who knows? Who knows? Wo kommen wir denn hier hin? Ein Hähnchen. More Chicken. For me. Ja, w-w-w-was geht nach unten? W-w-what? Alter... Alter heilige Scheiße. Okay. Ja, das bringt ganz gut Gold, aber... So. Okay. Ist tot. Ich hab nichts gesagt. Ist... Ist okay. So. Äh... Da geht es nach oben. Wie sieht's denn aus? Ähm... Bringt uns das jetzt eigentlich... Na komm, wir gehen mal wieder hier hin. Wupp. Wupp. Okay. Okay. Let's do this. Äh... Den wollte ich nicht. Ähm... Könne ich das? Ja, ich könnte theoretisch. Na ja, gut. Egal. Wupp. Äh... Fuck it. So. Alter, zwei von den... Fiesen Viechern. Hm. Fiese Viecher. Geil. Okay. Oh. Da, äh... Die klimpern noch ein bisschen rum. Ist... Ist okay. So. Unten waren wir noch nicht. Entschuldigung. Musst mich nur mal ein bisschen... Ich glaub langsam... Spät... Ne, ich lobe mich lieber nicht. Ich weiß ja, was rauskommt, wenn man sich selbst lobt. Zumindest bei diesem Spiel. Ja. Toll. Ich bin reingesprungen. Siehste? Siehste? Geht schon los. Geht schon los. Na, 33 HP. Das ist ein bisschen... Ungünstig. Alter, ich will hier... Will hier raus. Nein! Nein! Ah! Okay. Alles cool. Alles cool. Hier geht's, glaub ich, in den Wald, ne? Genau. 39 HP oder 29. Ich seh das grad gar nicht. Jetzt hab ich nur noch einen. Jetzt hab ich gar keinen mehr. Womit ich das geklärt hätte. Death Def... Ach so! Das ist ja ne geile Rune. Oder beziehungsweise ein geiler... Spell. Oder... Irgendwat. Ich will hier erst mal rüber. Okay. Das... Äh... Das war's easy. Das war's easy. Wir... Wir könnten, glaub ich, in diesem Rand noch ein bisschen was erreichen. So. Wom hab ich denn jetzt nicht geschlagen? Lol. Oh, ich muss immer husten. Das ist so dämlich. So. Ähm... Ah! Fuck. Fick die... Fick die Henne. Oh, ho, 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 ho. Verdammt. Wir können, äh, gleich ne Folgenpause machen. Wir machen aber erst noch... Hey, jetzt machen wir die nächste Folge. Wir sehen uns wieder bei Roadsticker C. Macht's gut. Bis dann. Haut rein. Bis dann.